Ich bin Barucic Murs, bin 29 Jahre alt und schon seit sieben Jahren im Unternehmen. Ich bin auch dafür verantwortlich, die Abteilung Pressen am Laufen zu halten, sozusagen. Ich bin dafür zuständig, dass ich geschulte Mitarbeiter an meinen Anlagen habe. Meine anderen Hauptaufgaben sind zu gewährleisten, dass meine Teile, die in meinen Bereich kommen, qualitativ hochwertig auch meinen Bereich wieder verlassen. Zur AT&S kam ich, indem ich eben einen Job gesucht habe als Feralarbeiter, um einfach mein Studienleben damals mir so ein bisschen zu finanzieren. Und mir gefiel es hier so sehr, weil einfach die Kollegialität und das Image der Firma so stark war. Auch bei uns auf der Montanuni. Ich habe dann meinen damaligen Meister nach einer Vollzeitstelle gefragt. Dann war ich circa ein Jahr bei Mechanisch Born, durfte dort gleich nach einem Jahr schon die Ausbildung zum Vorweiter machen. Und dann wiederum ein Jahr später kam dann mein damaliger Meister und mein Abteilungsleiter und jetziger Vorgesetzter auf mich zu und fragte mich, ob ich nicht vielleicht eine interne Meisterausbildung machen würde. Und ich war natürlich sehr angetan davon, weil das hört und sieht man eigentlich selten, dass eine Firma, das direkte Vorgesetzte wirklich auf jemanden direkt zukommen und einem so eine Chance bieten. Also die Firma legt wirklich sehr, sehr, sehr großen Wert auf Mitarbeiter, die ein Potenzial haben, die technisches Know-how mitbringen, die ehrgeizig sind. Und die Mitarbeiter werden auch, das habe ich wie gesagt, hautnah miterleben dürfen, wirklich gefördert. Und ich starte jetzt im September auch ein berufsbegleitendes Studium. Und auch das wird zum Beispiel zur Gänze von der AT&S, von der Firma AT&S unterstützt. Das heißt, sei es jetzt von finanzieller Seite aus gesehen, sei es jetzt, wenn ich freie Tage für Prüfungen etc. brauche. Also das wird mir alles vom Unternehmen gewährleistet. Und ich glaube, dass man sowas wirklich nicht in jedem Unternehmen hat. Und deswegen macht die ganze Sache bei AT&S mir so viel Spaß und motiviert mich wirklich von Tag zu Tag immer da herein zu gehen und meinen Job hier zu erledigen. Also es ist wirklich eine Weltklasse Geschichte. Ziemlich. 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 Ziemlich.